Was ist das beste Progressionsschema und was muss ich beachten? Das heißt, wie steigere ich mich im Gym? Genau das klären wir jetzt, sodass du am besten Progress machst im Gym. So, bevor wir klären, was das beste Progressionsschema ist, das heißt, wie ich mich genau steigere, müssen wir erstmal gewisse Sachen definieren bzw. festlegen. Also, das Allerwichtigste ist natürlich, die Ausführung zu standardisieren. Das heißt, die Range of Motion, das Tempo. Das sind Sachen, die sind super wichtig, damit ich natürlich auch gleiche Raps habe. Weil unsere Aufgabe ist es einfach, den internen Stimulus von Session zu Session erhöhen. Das heißt, im Endeffekt, jedes Mal einen Neutigen Reiz zu setzen. Das wissen wir. Wir müssen eine Wachstumsreize setzen. Dazu habe ich ja auch schon echt viele Videos gemacht. Jetzt machen wir das, sag ich mal, wie machen wir das aktiv im Gym, sag ich mal. So, und dafür müssen wir die Ausführung standardisieren. Das heißt, ich lege eine Range of Motion fest. Die Range of Motion ist abhängig davon, ob ich mich, sag ich mal, verletze, ob ich den Muskel treffe. Ja, es ist zum Beispiel manchmal nicht sinnvoll, komplett deep zu squatten. Ja, es ist vielleicht auch manchmal nicht sinnvoll, komplett deep im Legpress zu gehen. Oder, ja, da gibt es einfach für jede Übung eine optimale Range of Motion. Und das muss man einfach definieren. Ja, das ist abhängig von der eigenen Biomechanik und von, sag ich mal, den Hebelverhältnissen. Das kann man nicht festlegen. Da muss man im Endeffekt einfach gucken, über welche Range of Motion gebe ich dem Muskel maximale Dehnung? Wie verletze ich mich nicht? Wie bekomme ich den besten Pump? Und das kann man auch an den Indikatoren festlegen. Aber das ist was Individuelles. Das kann ich euch nicht sagen. Das müsst ihr so machen. Da müsst ihr euch einfach an die Übung setzen. und gucken, wie ist das bei euch optimal. Ja, dann nehmt ihr die Indikatoren wahr, guckt, ja, wie habe ich meinen Muskeln am besten getroffen? Welche Stents nutze ich zum Beispiel breitbeinig? Oder nehme ich die Adduktoren raus und mache einen engen Stand und so weiter? Das sind so Sachen, da müsst ihr gucken, was ist für euch wichtig? Und wie kreiere ich sozusagen die größte Stimulus-to-Fatigue-Ratio über die Ausführung? So, und wenn ich das gemacht habe, das heißt meine Ausführung optimal gewählt habe und standardisiert habe, ja, da passt alles, damit ich jedes Mal die gleichen Raps mache. So, dann ist nämlich auch ein Rap wirklich ein Rap mehr. Ja, das ist nämlich super wichtig. Wenn ich plötzlich ein schnelleres Tempo wähle, ja, dann ist ein Rap nicht ein Rap mehr, dann ist der interne Stimulus am Ende der gleiche, ja, ganz klar. So, was noch wichtig ist, dass wir Failure definieren. Trainiere ich Null-Raps in Reserve, nehme ich Half-Raps mit rein, sage ich, wenn ich eine gewisse Range of Motion unterstreite, ist das Failure, ja? Wir wissen, wir müssen in den Bereich des Versagens kommen. Das heißt, die letzten fünf Raps vom Versagen. So, oder darüber hinaus vielleicht. Komme ich also in diesen Bereich, habe ich festgelegt, wo höre ich auf mit dem Satz? Denn wir müssen natürlich auch mit dem Satz aufhören, damit wir das nächste Mal an der gleichen Stelle nur mit einer Rap mehr aufhören, ja, und somit internen Stimulus kreiert haben. Damit wir wissen, okay, eine Rap mehr ist eine Rap mehr. Oder bei der gleichen Rapzahl oder weniger Rapzahl ist mehr Gewicht auch mehr, ja? Das heißt zum Beispiel, kurze Beispiele beim Seitheben. Kann ich sagen, alles klar, wenn ich 40% der Range of Motion unterstreite, nehme ich dann natürlich noch Half-Raps mit, aber ab 40% breche ich den Satz ab. Anderes Beispiel, beim Leg Press. Da trainiere ich exakt Null-Raps in Reserve, denn wenn ich weiter trainieren würde, würde das ganze Teil natürlich nicht mehr hochkommen, ja? Das würde runterkrachen, weil der Muskel das dann nicht mehr schafft. Das heißt, für jede Übung gibt es eine sinnvolle Failure-Definition, ja? Das habe ich auch in meinen Trainingsvideos ganz gut beschrieben. Zum Beispiel, ich trainiere bei einem Squat vielleicht ein bis Null-Raps in Reserve. Bei einem Leg Press trainiere ich Null-Raps in Reserve. Beim Seitheben trainiere ich mit Half-Raps, bis ich 30% der Range of Motion unterschreite. Beim Leg Curl trainiere ich auch mit Half-Raps, ja? Und gucke, dass ich immer dann den Satz beende, wenn ich die gewisse Range of Motion unterschreite oder halt Null-Raps in Reserve trainiere. Das muss man halt pro Übung für einen selbst festlegen, damit am Ende ein Raps mehr und ein Raps mehr ist, ja? Wir sind immer im Bereich des Versagens, das ist ganz klar. Sonst setzen wir keinen Stimulus, keinen neuerlichen Stimulus. Wir müssen ein Minimum irgendwo in den Bereich des Versagens kommen, über darüber hinaus, das dann festlegen und das dann jedes Mal gleich machen. Damit wir uns natürlich adaptieren und dann ein Raps mehr machen können, ja? Das unterschiedlich zu halten, verschlechtert einfach die Messbarkeit, ja? Dann natürlich, was auch wichtig ist, wir müssen eine Raps Range definieren, als allerletztes. Da empfehle ich immer 6 bis 10, ja? Oder wenn ich Gelenkprobleme zu erwarten habe, vielleicht 10 bis 15, ja? Eventuell auch mehr. Warum 6 bis 10? Weil, wenn wir zum Beispiel 6 Raps machen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sind davon die letzten stimulativ. Und dann können wir hier progressen. Nächstes Mal machen wir die hier, ja? Nächstes Mal machen wir die hier. Dann packen wir Gewicht drauf. Wir fangen wieder von vorne an. Sagen wir mal, das hier waren 100 Kilo. 100 Kilo und das sind jetzt 105 Kilo. Dann fangen wir hier wieder an. So, machen die stimulativen Raps. Und fangen hier weiter an. Dann wieder 1, 2, 3. So. Packen wieder Gewicht drauf. Und das sorgt einfach dafür, dass wir immer diese stimulativen letzten 5 Raps absahen, ja? Aber auch nicht zu schwer trainieren, damit wir nicht unter diesen Bereich kommen. Deswegen bietet sich 6 bis 10 einfach extrem an. Wir können natürlich auch immer in Ausnahmefällen 4 mitnehmen, 5 mitnehmen. Also 4 und 5 sind auch sehr, sehr stimulativ. Aber niedriger würde ich nicht gehen, weil es einfach extrem belastend für die Gelenke ist auch, ne? Also, das heißt, im Endeffekt, der stimulative Bereich ist so 6 bis 10. Das ist optimal, weil du da wirklich immer in einem Bereich trainierst, der für Gelenke gut mit aushaltbar ist, wenn du dich vernünftig aufwärmst, aber auch sehr, sehr nah an diesen stimulativen Raps ist. Das heißt, der größte Teil ist immer stimulativ. Ja, weil diese Raps hier, die sind nicht so stimulativ. Und ich würde sagen, 6 bis 10 ist halt, oder ist es realistisch, dass 6 bis 10 einfach ein kleines, ein bisschen weniger erschöpfend ist, zum Beispiel als 10 bis 15. Weil hier über 10 bis 15 haben wir zum Beispiel, wenn wir 15 machen, haben wir 5 stimulative, aber 10, die nicht stimulativ sind. Und diese Raps, die bringen einem eigentlich nichts aus der Erschöpfung. Deswegen versuchen wir eigentlich immer im Bereich von 6 bis 10 zu trainieren. Das ist meine Empfehlung, ja? Und da habe ich auch schon eigentlich gleich erklärt, wie wir progressen. Nämlich wir progressen mit einer Double Progression. Das heißt, erst mit Raps und dann mit Gewicht irgendwann. Dann wieder mit Raps und dann mit Gewicht. Zum Beispiel im Bereich von 6 bis 10. Und dieses Progressionsschema heißt Double Progression, einfach weil wir mit Gewicht und Raps progressen. Ganz simpel, ja? Das heißt, wir wenden die Double Progression an. Und wie gesagt, es gibt auch andere Progressionsschemen. Zum Beispiel, äh, Raps und Reserve kann man, damit kann man auch progressen. Ration, so heißt das. Ja, hier so. Man könnte auch mit Raps und Reserve progressen. Was ist daran schlecht? Wir wollen es so einfach wie möglich machen und so effektiv wie möglich. Raps und Reserve sind zwar ein Tool, ja? Äh, was man anwenden kann, zum Beispiel nach Krankheit und so weiter. Aber es ist definitiv kein sinnvolles Progressions-Tool. Ich will damit nicht sagen, dass Raps und Reserve sinnlos sind. Nein, die kann man definitiv mal anwenden, ja? In verschiedenen Bereichen, aber generell, der Sport soll so einfach wie möglich sein. Und es gibt nichts Effektiveres und Einfacheres, als die Ausführung zu standardisieren, Felder zu definieren für eine Übung, die Rap Range zu definieren, 6 bis 10, ja? Und dann Double-Progression anzuwenden, weil wir immer einen festen Bereich haben. Alles ist klar. Wir müssen immer nur eine Rep mehr machen oder Gewicht draufpacken, ja? Und wenn das Volumen dann stimmt, dann haben wir sozusagen ein einfaches, aber extrem effektives System. Warum sind Raps und Reserve nicht effektiv? Weil man sich nie richtig gut einschätzen kann, ja? Ja, wie viele Raps und Reserve man ist, ja? Wenn man Erfahrung hat, dann kriegt man das vielleicht hin, aber es ist trotzdem nicht so exakt wie dieses System hier, ja? Und ich würde deswegen sagen, es ist einfach schlechter, ja? Weil hier haben wir wirklich alles vordefiniert, alles standardisiert und dann müssen wir einfach nur eine Rep mehr machen innerhalb unseres definierten Systems, ja? Vielleicht habe ich Pech bei Raps und Reserve und ich habe einfach ein schlechtes Gefühl oder so. Und merke alles klar, hey, ich habe mich gerade falsch eingeschätzt. So, vor allem bei Anfängern, die können sich gar nicht einschätzen. Ich kriege das vielleicht hin, weil ich schon über zehn Jahre trainiere. Aber gerade bei Anfängern ist das ein super schlechtes System. Die trainieren meistens sowieso viel zu weit weg vom Versagen. Und wenn du denen jetzt sagst, hey, trainier mal drei Raps und Reserve. Beim nächsten Mal zwei Raps und Reserve, dann eins, dann null. Dann machen die vielleicht acht, sieben, sechs, vier und kommen dann vielleicht am Ende kurz mal in den stimulativen Bereich. Das ist komplett hirnlos. Da trainiert man lieber, bis sich das Gewicht nicht mehr bewegt über eine gewisse Reprange, wenn man Fehler definiert hat und die fokussieren sich noch auf Technik. Das ist einfach viel, viel effektiver und einfacher, ja? Und darum geht es auch im Endeffekt. Ein sinnvolles, einfach zu verstehendes und leicht umzusetzendes System zu haben, in dem man einfach Pokers machen kann, ja? Man muss es sich nicht schwerer machen, als es schon ist. Und Raps und Reserve sind einfach, ist einfach die Definition von ich mache es mir komplizierter, als es sein muss, ja? Da kann man das Volumen lieber ein bisschen niedriger halten, Pausenzeit ein bisschen höher und dann einfach ein paar effektive Sätze rausklatschen. Dann hat man den maximalen Reiz gesetzt, ja? So, und das war es auch schon. Das ist so unglaublich einfach und das ist geil. Es muss nicht immer komplex sein, ja? Es muss nicht immer so sein, dass man, weiß ich nicht, sich auf diese ganzen komplexen Sachen runterholt. Das sieht man halt voll oft. Die Leute überkomplizieren das Ganze. Aber Bodybuilding und maximale Muskelaufbau ist eigentlich so unglaublich einfach zu verstehen, ja? Und das ist auch was Gutes, das ist nichts Schlechtes. Also, wie gesagt, da gibt es so ein paar Muscle-Nerds, die irgendwie immer einem das Gefühl geben, als wäre Bodybuilding unglaublich schwer. Das machen die aber nur, weil sie sich an euch bereichern wollen, ja? Muskelaufbau ist unglaublich einfach. Und das seht ihr hier, ja? Ihr sterilisiert eure Ausführungen, haltet eure Ausführungen gleich. Ihr definiert Fehler, das heißt, wo bin ich im Versagen, ja? Ihr definiert die Rep-Range und dann macht ihr einfach eine Rep mehr, eine Rep mehr, eine Rep mehr, ja? Dann packt ihr ein Gewicht drauf und fangt das Gleiche wieder von vorn an. Und was dann passiert, dann habt ihr irgendwann nach ein paar Jahren die Maschinen ausgemaxt und dann seid ihr breit. Und das reflektiert sich in eurer Physik. Ganz einfach. Es ist so unglaublich einfach und so unglaublich geil. Das ist das beste Progressionsschema, ja, für Bodybuilding. Um breit zu werden. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir ist jetzt ein bisschen klarer geworden. Das Tool dafür, um das Ganze zu tracken, ist natürlich das Logbuch, ja? Das gehört dazu, ja? Das heißt, das schreibe ich mal hier oben hin. Das ist ganz, ganz wichtig, ja? Logbuch. Weil im Logbuch hast du einen Überblick, was du beim letzten Mal gemacht hast. Da musst du nur reingucken. Alles klar, letztes Mal 100 mal 6. Diesmal machst du 100 mal 7. Wenn du jetzt sagst, ey, du kannst dir das auch so merken, du weißt exakt, bei welcher Übung du mit welchem Gewicht welche Reps gemacht hast, wo du Schmerzen hattest, ja, da kannst du dir auch das daneben schreiben, in den Notizen zum Beispiel oder ins Buch. Ja, es ist egal, wie du es aufschreibst. Du kannst eine App benutzen, du kannst deine Notizen benutzen, du kannst ein Buch benutzen. Das ist komplett egal. Hauptsache, du hast einen Überblick darüber, was du gemacht hast, ja, was du beim nächsten Mal machen musst. So, das Logbuch ist ganz, ganz wichtig. Und dann guckst du einfach, dass du alles gleich hältst und dann machst du einfach Pokers. Und wenn du dann nach ein paar Jahren alles ausgemerkt hast, bist du bereit. So, das muss ich noch dazu sagen. Das ist so unglaublich einfach und so unglaublich geil. Besser geht es einfach gar nicht, ne? So, wie gesagt, jetzt bin ich am Ende. Ich habe alles gesagt. Wenn dir das Video gefallen hat, like, kommentiere, ob ich dir helfen konnte, ob du es noch nicht so ganz verstanden hast. Genau, wie gesagt, aktueller Halloween-Sale, 25% auf alles. Das ist, glaube ich, der krasseste Sale, den es hier gibt, weil seitdem ich bei Gigas bin, gibt es nicht mehr als 25%. Das heißt, wenn du Whey-Poutine brauchst oder andere Sachen, dann schlag zu. Code German Bull bei Gigas Nutrition, 25% auf alles und kommentiere deine Meinung, Like. Wir sehen uns beim nächsten Video. Video wünsche gerne immer in die Kommentare. Wenn du Bock hast, dass ich irgendwas behandle, was du dir von mir wünschst und noch nicht da war, dann schreib es einfach gerne in die Kommentare. Dann kümmere ich mich darum, wenn ich das für eine gute Idee halte. Und das war es auch schon. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mal wieder helfen und ich wünsche dir noch einen geilen Feiertag.